Hallihallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema und zwar um das Thema richtiges Schärfen. Ja, ich habe letzte Woche auf Instagram eine Umfrage gemacht. Ich habe ganz viele Antworten bekommen, was ich denn mal als Video hier in YouTube mit aufnehmen soll. Unter anderem eben auch das hier von Stefan, wie erkenne ich die richtige Schärfe bei Bildern in der Nachbearbeitung, in Klammern, Nachschärfen. Ja und genau darum soll es heute gehen und ja, es sollen natürlich nicht nur die Instagram-Leute hier zu Wort kommen, sondern auch du. Wenn du eine Frage hast oder wenn du sagst, hey, das wäre doch mal ein tolles Thema, dann pack es bitte mal unten hier in die Kommentare. Das wäre echt mega hilfreich, dann packen wir da auch ein Video dazu hier irgendwann mit rein. Also alle mal kurz auf Pause drücken, unten rein tippen, was euch interessieren würde und dann machen wir hier weiter. So, danke fürs Abstimmen. Jetzt geht es um die Schärfe. Und ja, Schärfe ist ein ganz, ganz heikles Thema, wo ich immer wieder dazu gefragt werde, ey Christoph, wie magst denn du das? Was ist denn da richtig? Eins vorweg, richtig gibt es bei der Schärfe überhaupt nicht. Der eine mag so, der andere mag so und ja, manch einer mag sogar mit Chili. Falls der dich jetzt fragt, ey, was will er denn jetzt? Schaut euch mal den Clip an. Den haben wir vor ein paar Jahren als Promo mal in der Schwetzinger Innenstadt aufgenommen. Hallo, guten Tag, die Calvin Hollywood Game, wir haben hier eine Umfrage. Darf ich Sie mal ganz kurz was fragen? Kommt drauf auf was? Es geht ums Schärfen. Und zwar beim Schärfen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann es über einen Hochpassfilter machen, ich kann es über unscharf maskieren machen. Also da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Manche machen es mit Chili. Wie schärfen Sie denn? Ja, das ist mit Chili und dann habe ich noch den Samba Oleg. Und nochmal diverse Paprikas, verschiedene, die eingelegte. Also Sie haben auch mehrere Möglichkeiten? Ja, ja, ja. Super. Okay, das war es dann eigentlich schon mit der Umfrage. Ja, super. Schärfe ist gut. Schärfe ist gut, genau. Das ist ein schöner Schlusswort. Danke Ihnen. Schönen Tag noch. Ja, Leute, Schärfen mit Chili oder Samba Oleg. Bitte, Leute, da nimmt man unscharf maskieren oder einen Hochpassfilter oder, oder, oder. Aber kein Chili. Ich kann dich auf jeden Fall beruhigen. Mit Chili schärfen wir heute nichts, sondern mit Lightroom und Photoshop. Und da möchte ich jetzt direkt mal einsteigen. Es gibt nämlich verschiedene Punkte, die man da beachten muss. Das eine ist mal die Grundschärfe. Grundschärfe, da mache ich mir mal dieses Bild hier auf und gehe mit D in den Develop-Modus. Das ist das, was du hier unter Details findest. Das ist in Lightroom und in Camera Raw komplett identisch. Details, da kannst du hier Betrag, Radius, Detail maskieren und so weiter mit angeben. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, denn ich schalte das Ganze hier mal aus, um dir einfach zu zeigen, was das überhaupt ausmacht. Wenn du dir jetzt das Bild hier anschaust, denkst du, ja, das ist doch scharf und auch wenn ich hier reinzoome, das sieht doch super aus eigentlich. Das ist das, was dir das Raw erstmal zur Verfügung stellt. Im Raw sind aber noch viel mehr Informationen enthalten, die du ohne diese Detailregler hier überhaupt nicht raus holst. Und ich schalte es mal wieder ein, dass du siehst, was sich da überhaupt noch tut. Siehst du das? Das ist nicht viel, aber jetzt wirkt es so richtig knackig. Ich mache nochmal vorher, nachher, vorher, gerade hier oben mal auf die Härchen und so weiter achten. Und jetzt nochmal an, zack. Und erst jetzt ist das Bild knackscharf. Und wenn du das bis jetzt nie genutzt hast, dann hast du einfach bei deinen ganzen Bildern einen erheblichen Grad an Schärfe verschenkt. Das hier ist jetzt auch eine Einstellung, die für meine Fotografie mit der Z7 gilt. Ich habe hier Größen von 8000 mal 5500 Pixeln, also richtig groß. Für kleinere Bilder, hier zum Beispiel mit der Z6 von 6000 mal 4000, das ist so eine Standardgröße von den Spiegelreflexkameras, würde ich sagen. Da schaut das Ganze schon anders aus. 0,6 und so irgendwas zwischen 70 und 80 ist da mein Standardwert. Den ich wirklich auf alle Bilder übertrage. Ich habe mir das sogar als Preset gespeichert. Auch hier wieder, du denkst eigentlich, Moment, wenn du das hier so siehst, ja das ist doch ein scharfes Bild. Wunderbar, aber erst wenn du das hier ein- und ausschaltest, dann siehst du, was hier wirklich noch rauszuholen ist. Gerade hier am Rüssel von der Struktur, gerade hier am Auge, da sieht man das wirklich gut. So und jetzt kommt die große Preisfrage. Wie sieht es denn dann beim Export aus? Und das zeige ich dir jetzt hier mal bei diesem Bild. Auch hier, gerade bei den Personenaufnahmen, sieht man das ganz extrem. Ich möchte dir hier auch nochmal schnell vorher nacheignen. Schau mal hier oben auf die Haare, was hier passiert, wenn ich das rausnehme. Dann ist es direkt sehr, sehr, sehr weich. Und ja, es wirkt überhaupt nicht so gestochen scharf, wie es eigentlich sein sollte. Ja, hier sehe ich die Wimpern, hier sehe ich die Härchen. Ich hoffe, das kommt bei dir auf dem Computer auch so rüber. Also das schon mal mit der Grundschärfe beachten. Und dann geht es um den Export. Ja, wenn ich jetzt hier drauf gehe und sage, ich möchte das Bild bitte exportieren, dann fragt mich ja Lightroom hier unten auch nochmal. Da habe ich schon ein paar Tutorials drüber geredet. Ich sage es gerne nochmal. Ausgabe Schärfe. Schärfen für. Und dann hast du hier drei Auswahlmöglichkeiten. Und hier drei. Wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt bei den Details hier kein richtig oder falsch. Der eine mag es ein bisschen schärfer, der andere mag es nicht ganz so scharf. Testet euch da einfach aus. Du hast jetzt meine Werte gesehen. Und hier gehe ich auch meistens Bildschirm, Standard oder Hoch. Kommt ein bisschen auf die Größe an, die ich hier angebe. Ich würde es an deiner Stelle einfach mal austesten mit allen Möglichkeiten. Nebeneinander legen und einfach schauen, was mir besser gefällt. Und das dann für die nächsten Exporte immer wählen. Ganz wichtig ist aber, dass dieses Schärfen das Nachschärfen ist. Das kommt erst, nachdem die Größe des Bildes eingestellt wurde. Und dazu gehe ich jetzt mit dir auch noch kurz in Photoshop rüber. Und zeige dir mal, wie das Ganze da abläuft. So, auch hier ist das Ganze natürlich ähnlich. Du hast am Anfang deine RAW-Entwicklung. Gehst dann in Photoshop. Retuschierst vielleicht noch ein bisschen was. Verflüssigst vielleicht noch ein bisschen was. Bist dann fertig. Und viele gehen jetzt her und packen dann noch ein bisschen Schärfe mit drauf. Nachschärfen. Egal, ob das jetzt mit dem Hochpass, mit Chili oder mit eben. Weil unscharf maskieren ist. Aber das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist immer der, dass du dir erstmal hier über Bild, die Bildgröße bestimmst. Erst dann macht es überhaupt Sinn, nachzuschärfen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du unbedingt merken solltest. Bevor du hier an der Größe nichts veränderst. Zum Beispiel hier für Facebook. Das Ganze auf 2048 Pixel runterrechnest. Vorher macht das gar keinen Sinn mit der Schärfe. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und erst jetzt kannst du hergehen und eben mit so Tools wie unscharf maskieren, das Ganze noch ein bisschen nachbessern. Das ist natürlich zu viel. Ich würde hier mit einem ganz feinen Radius arbeiten. Und dann mit einer Stärke von so circa 200 vielleicht. Vorher, nachher. Dann siehst du, was das nochmal ausmacht. Und dann kannst du dir auch sicher sein, dass bei der Ausgabe, bei Facebook oder beim Druck oder auf Instagram und so weiter, deine Bilder die richtige Schärfe bzw. den richtigen Schärfegrad haben. So. Das war's mit der Schärfe. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, vergess bitte nicht, unten mal mit reinzuschreiben, was du dir denn als Tutorial wünschst. Was ich gerne mal ansprechen soll. Dann machen wir das demnächst auch. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und wünsche dir viel Spaß beim Bilder bearbeiten. Ciao, ciao. Ciao, ciao.